Heute wird es richtig interessant. Wir schauen uns heute die vergleichende Werbung nach § 6 UWG an. Und zunächst einmal möchte ich eine Übersicht nachholen, die ich beim letzten Video etwas vergessen habe. Nämlich schauen wir uns heute oder in den nächsten Videos den Mitbewerberschutz an. Und im letzten Video haben wir uns den Rechtsbruch nach § 3a UWG angeschaut. Der soll sicherstellen, dass überall die gleichen Bedingungen herrschen. Also keiner soll, außer das Gesetz sieht es so vor, keiner soll nach 20 Uhr in Bayern sein Geschäft noch geöffnet haben. Wir machen jetzt aber weiter mit dem Schutz des guten Rufes. Und der hat zwei wichtige Paragrafen, die auch sehr klausurrelevant sind. Insbesondere und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr klausurrelevant als der 4 Nummer 1 und 2 ist die vergleichende Werbung nach § 6 UWG. Und hier fangen wir einfach mal an mit dem Schema. Das Schema sieht wie folgt aus. Wir sind wie immer bei der Unzulässigkeit. Und hier müsst ihr in zwei Schritten vorgehen. Ihr müsst prüfen, liegt erstmal eine Werbung vor? Und wenn ihr diesen Schritt bejaht habt, dann schaut ihr in einem zweiten Schritt, ob diese Werbung, die hier vorliegt, unlauter ist. Und für die Unlauterkeit müsst ihr einfach den Paragraf 6 Absatz 2 UWG lesen und schauen, ob ein Tatbestand dieser Nummern erfüllt ist. Okay, zunächst einmal, genau das hatte ich gerade schon gesagt, bei dem Absatz 2 möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass ihr bei dem Absatz 2 häufig den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Hinterkopf behalten müsst. In Amerika ist es so, was ich persönlich sehr mag, da ist die vergleichende Werbung, ja, also schon fast erwünscht, also die ist jedenfalls in sehr weiten Teilen erlaubt. Natürlich ist die Grenze der Irreführung zu beachten, also auch in Amerika darf man nicht in der Werbung irreführen. Allerdings, ansonsten ist es in Amerika so, dass die vergleichende Werbung, ja, erlaubt ist. In Deutschland war es immer so, oder früher war es so, nee, vergleichende Werbung, das wollen wir nicht, das ist verboten. Und die EU ist jetzt den Mittelweg gegangen, also zwischen dem früheren Deutschland und dem jetzigen Amerika und hat so, ja, ist halt ein Mittelweg gegangen. Diese Nummern 1 bis 6 muss man halt prüfen und dort muss man häufig Interessensabwägungen durchführen. Okay, erster Prüfungspunkt, wir sind beim Vorliegen der Werbung und hier der erste Prüfungspunkt ist, es muss Werbung, ja, vorliegen oder man muss halt die Definition der Werbung halt prüfen. Und die Definition der Werbung findet sich in Artikel 2 Buchstabe A der Werberichtlinie. Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet Werbung jede Äußerung zur Förderung des Absatzes von Waren oder Dienstleistungen. Also, das ist der erste Schritt, der erste Prüfungspunkt, ihr müsst halt schauen, hat sich das Unternehmen X hier zur Förderung des Absatzes von Waren oder Dienstleistungen geäußert. Das ist einfach nur ein Satz in der Klausur, vielleicht zwei und das war es dann. Gut, zweiter Punkt und der ist jetzt super wichtig, der Mitbewerberbegriff. Und beim Mitbewerberbegriff hatte ich schon in meinen, ja, ein meiner ersten Videos hatte ich schon erwähnt, der Mitbewerberbegriff beim Paragraf 6 UWG ist anders als in Paragraf 2 Absatz 1 Nummer 4 UWG. Der Grund dafür ist, dass der Paragraf 6 UWG unionsrechtlich geprägt ist, weil wir sind ja jetzt hier bei der Werberichtlinie. Somit, ja, können wir unseren 2 Absatz 1 Nummer 4 nicht anwenden, wenn es um den Paragraf 6 UWG geht. Der Paragraf 2 Absatz 1 Nummer 4, das ist eine, ja, deutsche Schöpfung, sage ich mal, daher geht das hier nicht. Allerdings gilt, oder nimmt der EuGH auch dieses Kriterium der funktionellen Substituierbarkeit an. Wichtig hier auch, dass dieser Fall mit Stadtblumen Onko-Kaffee, der genügt auch. Also, Beispiel, ja, Fanta und Cola sind substituierbar, beide sind Softdrinks, wenn ich irgendwie was Süßes trinken möchte und meinen Durst stillen möchte, dann kann ich Fanta oder Cola trinken. Oder beide sind einfach Hersteller von Holzpaletten, dann kann ich natürlich die Holzpaletten von dem Unternehmen X kaufen oder die Holzpaletten von dem Unternehmen Y. Die sind substituierbar. So, hier dann aber auch nochmal dieser Ausnahmefall, den ich auch schon erklärt hatte bei meinem Mitbewerbervideo, nämlich, bei der Aktivlegitimation meine ich, da war der Fall vom BGH, da hat das Unternehmen Onko, hat Kaffee hergestellt. Oder stellt noch Kaffee her, keine Ahnung, vielleicht gibt's die noch. So, und das Unternehmen Onko hat in seiner Werbung gesagt, anstatt Blumen könnt ihr zum Geburtstag auch Onko-Kaffee schenken, irgendwie so. Und hier hat das Unternehmen in der Werbebotschaft, hat es eine Substituierbarkeit angenommen und hat es halt hergestellt, die Substituierbarkeit auf Grundlage dieser Botschaft. Und diese Fälle reichen auch aus, nämlich, wenn das aus Verbrauchersicht substituierbar ist. Also, anstatt von Blumen kann ich meinem, kann ich dem Geburtstagskind auch Onko-Kaffee schenken. Dann genügt das auch für die Bejahung der Mitbewerbereigenschaft und das gilt nicht nur im deutschen Recht so, das hat der EuGH auch so angenommen. Da ging es um Champagner und Bier. Da war es so ein richtig hochwertiges Bier. Normalerweise ist es natürlich so, dass, wenn jemand, nehmen wir mal an, eure Oma hat Geburtstag, dann schenkt ihr eurer Oma wohl eher nicht Bier, sondern eher Champagner. So, daher sind Bier und Champagner nicht substituierbar. Allerdings hat das Unternehmen, das hier Bier verkauft hat, hat, das war ein sehr hochwertiges Bier, das war auch sehr professionell aufgemacht und das, ja, und eben aus dieser Botschaft heraus waren dann dieses hochwertige Bier und der Champagner substituierbar. Okay, dann gibt es hier noch ein ganz kleines Problem, weil die Werberichtlinie sagt, jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber erkennbar macht. Und hieraus, ja, ergibt sich das Problem, muss es immer nur ein Mitbewerber erkennbar machen oder genügt es auch, wenn mehrere Mitbewerber erkennbar sind. Und hier mache ich mal eine Werbung, die ich gefunden habe auf X bzw. Twitter und ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, das ist von Durex, also einem Kondomhersteller, da steht drauf, Also hier sagt Durex zu allen anderen Kondomherstellern, ja, eure Kondome sind schlechter und unzuverlässiger als unsere. Und in diesem Fall würde ich sagen, hier wird nicht nur ein Mitbewerber erkennbar gemacht, also hier steht ja nicht irgendwie, hey, du Hersteller X, Billy Boy, sondern hier wird das Produkt Durex in Verbindung oder im Vergleich zu ganz vielen Herstellern gesetzt und da würde dann wahrscheinlich, ja, das zu verneinen sein, aber das ist halt vom EuGH noch nicht so wirklich, ja, klar entschieden worden, aber okay. Gut, dann kommen wir zu der Erkennbarkeit, das war jetzt der dritte Punkt. Erster Prüfungspunkt ist Werbung mit der Definition Artikel 2 Buchstabe A der Werberichtlinie. So, dann zweiter Punkt ist die Mitbewerbereigenschaft, dritter Punkt ist die Erkennbarkeit. Hier kann man natürlich in der Werbung das unmittelbar erkennbar machen, also wenn Pepsi damit wirbt, Pepsi schmeckt besser als Coca-Cola, dann macht Pepsi hier natürlich Coca-Cola unmittelbar erkennbar. Und ja, nennt Coca-Cola, unmittelbare Erkennbarkeit ist gegeben. Mittelbare Erkennbarkeit liegt dann vor, wenn es eine Anspielung gibt, wenn zum Beispiel BMW sagt, besser als die Fahrzeuge aus Stuttgart, dann ist das eine Anspielung auf Porsche, weil Porsche hat seinen Sitz in Stuttgart und das wäre dann eine mittelbare Erkennbarkeit. Ein zweites Beispiel ist die Marktstruktur, wenn Pepsi, und was auch Pepsi auch schon häufiger gemacht hat, Pepsi macht so eine Werbung, wo drin steht, hey, mach den Pepsi-Test, ja, mach so einen blinden Geschmackstest und dann wirst du herausfinden, dass Pepsi immer am besten schmeckt. Und hier spielt Pepsi natürlich mittelbar auch darauf an, dass Pepsi besser schmeckt als Coca-Cola, obwohl Pepsi in dieser Werbung nicht gesagt hat, hey, wir schmecken besser als Coca-Cola, sondern die haben das halt mittelbar gesagt, indem sie sagen, hey, testet unser Produkt und wir schmecken besser als alle anderen Cola-Hersteller. Gut, weil eben diese Marktstruktur ist natürlich so, dass es maßgeblich Coca-Cola und Pepsi-Cola auf dem Cola-Markt gibt. Daneben gibt es noch Afri-Cola und danach fällt mir schon nichts mehr ein, ah ja, vielleicht noch diese Eigenmarken von den Supermärkten, aber ja, also Pepsi-Cola, Coca-Cola haben bestimmt, ja, was soll ich sagen, 70%, 80% Marktanteil und deswegen auf Grundlage dieser Marktstruktur ergibt sich mittelbar daraus, ergibt sich mittelbar aus dieser Werbung, dass auch Coca-Cola identifiziert wird. So, dann kommen wir zu einem Problem, nämlich der vierte Prüfungspunkt ist, dass wir schauen müssen, ist denn überhaupt ein Vergleich erforderlich, weil die Richtlinie sagt nicht, dass es einen Vergleich geben muss und deswegen könnte sich die Frage stellen, genügt denn nur die Erkennbarkeit und ihr denkt euch, ja, was sind das denn für Fälle? Und hier hatte der Professor Ohli mal so ein Beispiel gebracht in seiner Vorlesung. Wenn ihr bei Amazon Toner für euren Drucker eingibt, dann kommen natürlich, also nehmen wir mal an, der Canon XYZ ist ein Drucker und wenn ihr davon jetzt Tonerpatron für diesen Drucker bei Amazon angebt, dann werden höchstwahrscheinlich natürlich von Canon diese Druckerpatronen, ja, abgebildet werden, aber auch von irgendeinem No-Name-Hersteller, also, ja, irgendein Hersteller, der halt Druckerpatronen günstiger anbietet als der Originalhersteller. Das gibt es ja ganz häufig. Und in diesem Fall stellt sich schon die Frage, ja, ist das hier vergleichende Werbung? Hier wirbt der Tonerhersteller natürlich nicht damit, hey, wir machen genauso gut funktionale Druckerpatronen wie der Originalhersteller, aber zum halben Preis. Das sagt ja der Tonerhersteller nicht. Aber es ist ja erkennbar, dass diese Druckerpatronen mit denen vom Originalhersteller ersetzbar sind. Und deswegen stellt sich dann das Problem, ist ein Vergleich hier erforderlich? Allerdings in der Klausur wird es natürlich so sein, dass es immer einen Vergleich gibt. Und ihr könnt auch anführen, ja, für das Erfordernis eines Vergleiches spricht auch der Paragraf 6 Absatz 2 Nummer 1 und 2 UWG, weil die setzen einen Vergleich voraus. Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der Vergleich sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung bezieht. Das setzt ja implizit einen Vergleich voraus. Und auch die Nummer 2 setzt implizit einen Vergleich voraus. Deswegen kann man diesen 6 Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 2 systematisch dafür anführen, dass ein Vergleich erforderlich ist und dann macht ihr einfach weiter. In der Klausur wird das überhaupt nicht problematisch sein, weil da wird es einen Vergleich geben. So, dann der BGH sagt, der Vergleich muss sich direkt aus der Werbung ergeben. Der EuGH, ja, hat das noch nicht so wirklich entschieden, aber der tendiert wohl auch dazu, dass ein Vergleich erforderlich ist. Die ledigliche Erkennbarkeit, die soll hier nicht genügen, obwohl die Richtlinie halt nicht davon spricht, dass es einen Vergleich geben muss. Also diese bloße Erkennbarkeit reicht wohl nicht aus, aber halt noch nicht unionsrechtlich entschieden worden. Gut, kommen wir zu zwei Beispielen. Hier einmal von Porsche. Honestly now, did you spend your youth dreaming about someday owning a Nissan or a Mitsubishi? Oder hier von BMW eine Werbung? Und hier steht, auch ein Mercedes kann Fahrfreude bringen. Und das ist ja ein Mercedes LKW, der dann hier BMW Autos an einen Kunden überbringt. Und das sind halt Beispiele für die vergleichende Werbung. Und wir schauen uns jetzt an, ist das unlauter? Okay, erstens Vorliegen von Werbung. Erster Prüfungspunkt dort. Liegt hier Werbung vor? Äußerung zur Förderung des Absatzes? Ja, definitiv. Ja, definitiv. So, zweiter Punkt sind die Mitbewerber. Ja, funktionelle Substituierbarkeit hier. Ja, funktionelle Substituierbarkeit hier. So, dann dritter Prüfungspunkt ist die Erkennbarkeit. Und bei beiden liegt hier unmittelbare Erkennbarkeit vor. Bei BMW sagt, auch ein Mercedes kann Fahrfreude bringen. Das ist, da machen die das unmittelbar erkennbar. Und Porsche nennt auch Nissan oder Mitsubishi. Direkt in seiner Werbung. Dann vierter Punkt ist der Vergleich. Hier liegt aber ein Vergleich ganz klar vor. Hier ergibt er sich, und auch hier ergibt er sich direkt aus der Werbung, und somit können wir das Vorliegen der Werbung bejahen. Und dann kommen wir zu der Unlauterkeit. Die ergibt sich aus § 6 Absatz 2. Und hier kommt die Nummer 4 und die Nummer 5 in Betracht. Also, Nummer 4, oder erst mal Absatz 2. Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der Vergleich den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise beeinträchtigt. Okay, dann müssen wir jetzt schauen, wird hier der Ruf von einem Mitbewerber in unlauterer Weise beeinträchtigt. Hier müssen wir natürlich sagen, in unlauterer Weise zeigt an, dass wir hier eine Interessenabwägung vornehmen müssen. Hier müssen wir natürlich die Interessen der Verbraucher an Informationen berücksichtigen und natürlich die Interessen des Mitbewerbers am Schutz seines guten Rufes, aber natürlich auch die Interessen des Werbenden, halt, ja, seinen Absatz zu fördern. Und das müssen wir hier machen. Wir müssen eine Interessenabwägung vornehmen. Bei diesem ersten Beispiel mit dem Porsche, ja, also, ich bin ja ein Freund davon, von der vergleichenden Werbung. Ich finde die immer witzig und deswegen bin ich immer ein bisschen biased, muss ich dazu sagen. Also, ich würde hier sagen, ja, das passt noch. Wobei ich definitiv hier sehen kann, dass, warum Porsche diesen Werbespot nur in Amerika gemacht hat und nicht in Deutschland. Also, hier kann man definitiv ganz einfach, also, wahrscheinlich wird die Klausurlösung hier sogar annehmen, dass ein unlauterer Vergleich vorliegt, weil, ja, die sagen ja wirklich, willst du wirklich einen Nissan oder einen Mitsubishi haben oder doch lieber einen Porsche? Was erfüllt deinen Lebenstraum? Was erfüllt die Lebensfreude? Und, ja, also, hier wird doch wohl der Ruf von dem Mitbewerber beeinträchtigt. Ja, also, hier würde ich dazu wahrscheinlich sogar, hier würde selbst ich wahrscheinlich dazu tendieren, dass eine unlauter, dass der Ruf eines Mitbewerbers in unlauterer Weise beeinträchtigt wird bei dieser Porsche-Werbung. Andere Ansicht vertretbar. Bei dem Mercedes und dem BMW, also bei der BMW-Werbung, müssen wir hier noch Humor und Satire natürlich beachten. Und hier hat BMW natürlich von Humorgebrauch gemacht, weil der Mercedes-LKW, der bringt die Fahrfreude in Form der BMW-Autos. Und das würde ich hier positiv bewerten bei der Interessenabwägung und deswegen hier wahrscheinlich keine unlautere Rufbeeinträchtigung, weil Humor und Satire hier, ja, genutzt werden. Andere Ansicht natürlich vertretbar. Aber es kommt natürlich auch noch, insbesondere bei dem Porsche-Beispiel, die Nummer 5 in Betracht. Die Waren eines Mitbewerbers werden herabgesetzt oder verunglimpft. Auch das kommt hier bei dem Porsche-Beispiel definitiv in Betracht. Bei dem BMW-Beispiel schon ein bisschen weniger. Aber, wie gesagt, hier müsst ihr halt eine Interessenabwägung durchführen. Ihr müsst halt zwei, drei Argumente nennen in der Klausur. Immer schön diesen Prüfmaßstab herleiten mit Interessen des Verbrauchers, an Informationen, Interessen des Mitbewerbers am Schutz seines guten Rufs und auch Interessen des Werbenden, natürlich an der Absatzförderung. Ihr könnt natürlich dann auch noch den §1 UWG zitieren, der diesen Trias an Interessen nochmal deutlich macht, den wir im UWG zu berücksichtigen haben. Okay, und das war es dann von dem heutigen Video. Hier seht ihr die Kontrollfragen und dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Ihr könnt ein Like da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann! Bis dann! Bis dann!